Warum würdest du uns weiterempfehlen? Kompetenz. Ich glaube, ich habe noch nie eine Kite-Gruppe von Lehrern erlebt, die so kompetent und bedacht sind, auf die einzelnen Schüler eingehen und trotzdem dabei irgendwie das Gefühl aufkommt, dass man einzeln betreut wird. Also das ist schon besonders. Und was mich halt auch taugt, ist einfach dieses wahnsinnige Wissen, was ihr habt, dass ihr uns Schüler einfach anschaut, uns einen Tipp gebt und es macht Weltenunterschiede aus. Und was mir auch total taugt, ist einfach, dass dieser Sicherheitsaspekt gelebt wird bei euch. Das heißt, man hat wirklich ein gutes Gefühl, wenn man unter eurer Aufsicht ist und traut sich auch mehr.